Herzlich Willkommen liebe Leute bei Graf Zocke und Halo The Master Chief Collection in Halo Anniversary 2. Bevor wir anfangen, es gab ja schon lange keine Halo Folge mehr. Das hat auch einen Grund, weil uns das Ganze eigentlich nicht so richtig gefallen hat mit dem Splitscreen. Und ja, hat mal zwischendrin noch wenig Zeit, das aufzunehmen. Und ja, wir haben uns jetzt eine neue Form überlegt. Es bleibt jetzt im Fullscreen. Allerdings ist meine Frau immer noch dabei und wir machen das so klassisch. So wie es quasi damals war, wo wir noch richtig richtig jung waren, so 12, 13, 14. So ab zum Kumpel zocken und dann immer wenn man stirbt, wechselt man sich ab. Und genau so machen wir das heute auch. Also mein Fräuchen sitzt immer noch neben mir. Sag Hallo. Hallo. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe den Controller. Ich starte jetzt. Es geht da weiter, wo wir aufgehört hatten in unserer letzten Halo Folge. Und jo, machen wir mal los. Also, nochmal zur Info. Nicht vergessen, wenn einer stirbt, wechselt den Controller. Wir werden mal gucken. Vielleicht, wenn es für uns nicht zu viel wird, werden wir das unten mal in der Infobox noch reinschreiben, bei welcher Minute dann wer gezockt hat oder bei welcher Minute der Controller gewechselt hat. Das glaube ich noch. Ja. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir mal sehen, ob es jetzt lustig wird oder nicht. Wir spielen immer noch auf Heldenhaft. Sind jetzt allerdings halt alleine. Also jeder für sich halt. Wenn die Xbox sich dann mal ausgekäst hat und hier der Meinung ist, wir dürfen auch mal spielen und nicht nur Ladebildschirm betrachten, geht es denn dann auch los? Achso, und nicht wundern, ich trinke hier nebenbei eiskalt ein bisschen Bier. Ja, weil ich da gerade voll Bock drauf habe beim Zocken. So zielwassermäßig. Und ja, kann sein, dass man mal ab und zu mal hört, wie ich so ein Schlückchen nehme. Aber jetzt... Die Grants 4, wie immer. Kein Unfoto. Ah, die Videoqualität ist schon geil. Mal den Film erzählen, das ist ja nicht irgendwie. Abbeschnitten. Die Serie stank. Da riechtet, da riechtet irgendwie nach... Aber waren wir hier nicht irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Jetzt wäre sicher. Ah ja, genau, wir hatten den ja schon verfolgt mit dem Ding, mit dem Fluggeräte. Oh, schon lange nicht mehr Halo gespielt. Ich freue mich gerade wieder richtig, ich mache gerade richtig Bock. Richtig Laune drauf gerade. Oh, die hier. The doors open. Ach, wo sind die? Da unten sind die. Ach, guckte mal, da ist schon die Flat. Hallo Flat. Ja, du kleines Mist, wie verpiss dich bloß. Ja, Entschuldigung. Nicht ganz jugendfrei, aber... Bei den Viechern, da wäre ich echt immer aggressiv. Wie war du noch mal? Ja, B, okay, passt. Ja, nun runter, oder was? Hier runter hüpfen? Ja, ne? Nicht erschrecken. Chillen. Chillen. Also, wie das behalten war. Ich glaube... Fast... Schauen wir mal. Ja, du magst ja die Flat nicht so, ne? Ha, blöd. Gucken wir mal. Also, erstmal den Karabiner, weil der ist gut. Der macht schön... Ich glaube, das wird noch ein bisschen problematisch werden. Weil, wenn wir dann sterben, dann hat... Ich habe jetzt zum Beispiel meine Lieblingswaffen, die mir gefallen, und dann hat meine Frau die natürlich auch, aber wenn die nicht gefallen, ist halt doof, aber wir werden gucken. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Genau. Schnell durch auf. Ich hoffe, der Spielsound passt. So, wir hatten vorher ein bisschen das... Die Gedanken, dass es zu laut ist, aber... Ja, ja, die Flat greift an. Ach, hier, hier sind sie schon. Kleinen Mistviecher. Ich habe den Einzelschusskarabiner, der ist gegen diese kleinen Mistviecher, eigentlich nicht so gut. Wenn jetzt hier ein paar dickere kommen, dann... Ach, immer nur die kleinen Mistviecher. Okay. Hä, sag mal, das ist auch feldenhaft, ey. Ich komme ja jetzt so gar nichts. Braucht ja nicht immer schießen hier auf die... Auf die Affen. Wo sind die? Bin ich blind? Da. War auch ein Grunt, war einer. Der Computer macht gerade alles und ich stehe hier nur doof rum. Ach, hier sind wieder die kleinen Mistviecher. Mann, ich habe die falsche Waffe verflogen. Los Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Achso, jetzt soll ich gehen. Ja, okay, dann gehen wir mal. Ich habe einen Schuss abgegeben. Gut, wir müssen uns nicht sparen, wenn man sowas. Ach, gucke hier. Jetzt. Headshot. Oh, die war zu kurz. Man merkt echt, ich muss mal wieder bedürfen. Äh, komm, 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 hier. Ab, du... Headshot. Okay, weiter geht's. Man wundert sich zwar immer ein bisschen, wenn ich sage, Headshot, aber ja, die Viecher haben auch einen Kopf, auf den man auch tatsächlich schließen und ziehen kann. Ach, da kommen jetzt hier diese komischen Roboter. Wo muss ich denn jetzt hin, wenn ich immer bin ich... Na, hier oben ging's doch gar nicht weiter. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ist doch eine Huntflake. Ne, Huntflake. In Deutsch, Englisch. Ich bin mir schon schon. 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 Ich bin mir schon mal einer. Headshot. Ah, es ist ein Aufzug. Jetzt. Muss man selber erstmal raffen, ne? In Halo ist ja alles ein bisschen anders. Oh, jetzt dreht sich das Ding hier noch so schön. Hallo, da ist schon wieder einer. Sag mal, Bobby. Hey, willst du meinem Kumpel hier was tun, oder was? Find ich nicht in Ordnung von dir, ne? Ist nicht korrekt, Junge. Okay. Hören wir auf, mit der Flatt türkisch zu reden. So. Ach, hier, hier, hier. Hab ich nicht. Komm mal her. Ha! Ich bin doch doof, ey. Bälle ich meine ganze Mund. Da hab ich Schmesser einstecken. Ja. Können wir uns ja einfach ein bisschen zerteilen hier, die Jungs. Ja, den Kumpel, den müssen wir beschützen. Den brauchen wir nämlich noch. Ja. Oh, oh, oh. Ich hab keinen Dings mehr. Keinen, keinen, keinen Schutz mehr gerade. Nein. Nein. Verdammt. Ja, so, Frau wechselt. Also meine Frau ist jetzt dran. Nelst nicht lange. Ganz laut. Oh, naja. Und den ersten hast du schon mal. Als Headset bleibt im Übrigen bei mir, also, ihr werdet weiterhin meine wundervolle, zarte Stimme die ganze Zeit hören. Nein, behalt den Karabiner. Der ist für später. Nein, behalt ihn. Nein, behalt ihn, bitte. Ich bin nicht auf. Du willst die Faust. Was für eine Faust? Das ist doch keine Faust. Wieso ist das eine Faust? Das sieht aus wie eine Faust. Oh mein Gott. Ja, jetzt hast du das Messer weggeschmissen. Ahaha. Da liegt es, da liegt es, da liegt es. Da, da ist es. Da, da, da geradeaus. Genau, hinter dir. Was ist das Glück gehabt? Oh, der Kamerad ist tot. Oh nein, du hast es nicht geschafft. Nee, da, ach guck mal, da ist er. Oder ist ein Neuer. Ach, da ist er. Pass auf, du bist du. Komm mal her, du kriegst auch Schaden, ne? Dein Schild geht runter, ne? Ach hier, der hat schießt, schießt bumm bumm. Oh, 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 oh. Oh, du war knapp. Oh, du war knapp. Schade, ich dachte, ich kann den Karabiner gleich wieder einsammeln. Schau dir ihn an. Du musst du fähnen, dass wenn es, äh, wenn die Zielanzeige schon rot wird, kannst du schon drücken, dann springst du automatisch vor, ne? Brauchst du nicht. Och, guck mal hier. Oh, oh, ein Erfolg. Ein Haufen roten. Wieso denn das? Die machen nicht so viel Schaden. Brauchst du nicht so verstecken. Oh. 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 So, war eine Grenade, ja? Du kannst auch ruhig ein bisschen draußen rumlaufen, ne? Du musst du nicht so verstecken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, eh, nicht voneinander. Ich nehme jetzt ein Schlückchen Bier. gutes dänisches bier lecker, ist gut schon treff der fliegt doch nicht, die waffe das zählt, du bist tot hehehehe ok, ich darf gar nicht lachen, sonst mach ich's jetzt besser ok gibt's jetzt hier noch einen Karabiner, oder gibt's jetzt keinen Karabiner, ich glaub das mit dem Karabiner kann man vergessen ich glaub das war irgendwie wie so eine Art Schloss, ja dankbar doch doch, was ist der naja, das ist genau die Waffe, die ich haben will, siehst du, Hedgehot, Hedgehot und Doppelkill hallo hör mal, jetzt gesehen, im Flug, im Runterspringen hab ich erwischt also, das hab ich gar nicht so in Erinnerung gehabt, dass die Viecher so leicht sterben, wenn man den in Hedgehot gibt, aber ok nö, hat er nicht, mhm, der ist schon tot hehehehe oah, hier sind ja die Kleinen wieder ab her du oah, hier siehst du, dass er über den wiederbeleben oahhh das gibt's doch gar nichts oahhh, komm Glück gehabt, Glück gehabt alter Schwede ach so, wir müssen mehrere solche Säulen ausfahren, oder wie es war die Flutliebe herauszufordern so, ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich nicht denselben Fehler mache und ah, wir sind jetzt schon da, guck mal, hier oahhh oahhh hier geht es also weiter und irgendwie sind hier in dem Gang alle tot und oahhh 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 hoi voll die hoi oahhh oahhh ach so, mal so eine Zwischeninfo, ne find ich eigentlich ganz cool Ehm das weiß man auch nur, wenn man die Bücher gelesen hat diese kleinen Rucksäcke, die die Grunts da auf dem Rücken tragen, ne brauchen die zum Atmen ähm weil die von dem Planeten stammen ähm dessen Atmosphäre aus Methan besteht und die brauchen Methan zum Atmen und darum haben die solche Rucksäcke auf, und immer solche Masken auf weil die gar nicht atmen können mit Sauerstoff ich finde sowas ist voll die coole Zwischeninfo eigentlich achja guck mal Komplatsbogen ja die sind nicht schön das war jetzt eine Munitionsverschämung aber der ist auf mir gelandet ja das war jetzt gerade Dankeschön immer mehr immer mehr immer mehr Ha der letzten Patrone Kugel wie auch immer Laserstrahl sind ja keine Kugel Boah Nein nein Wieso denn das jetzt ok ok Controller geht wieder mal ihr Frauchen warum warum war das jetzt meine eigene Nade die mich gekillt hat weil mein Schild so weit unten das glaube ich ja fast gar nicht jetzt gehts zu dir wieder meinen guten Karabiner wegschmeißen nein grill den erstmal aber aber diese diese sind ja im Endeffekt hier die Laser von den von diesen fliegenden Robotern die sind ganz gut gegen die Flat eigentlich also gegen so Ziele mit Panzerung oder mit diesem äh Panzerschild was sich auflädt wie wir ja auch haben sind die nicht so gut aber gegen diese Flatviecher sind die ganz gut glaube ich aber schmeiß am besten mal eine Nade da runter so viele rote Punkte wie da sind na sag mal nicht oh ja leer leer nimm den Karabiner das ist gut brauchst ne Feldkampfwaffe sie hört sogar auf mich cool aber wenn der umgefallen ist reicht schon dann explodiert er schon ne dann ist unser Rest des Mondverschwendung das wird jetzt danger ne ich glaub nicht ich glaub die kommt noch nicht hoch du musst halt runter nö 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 und dann nochmal hin hattcha guck mal irgendwo einfach auf diesen komischen Matschhaufen gezielt Hattcha hattcha nein schon mit na wo ist denn dein Kopf ja eh mit bedacht und so wenn der wenn der in dem Fadenkreuz und der Mitte ein Punkt erscheint dann zielst du gerade eben genau auf den Kopf aber das weißt du ja denk ich oder Achso, okay, dann weißt du es jetzt. Genauer als du abgedrückt hast. Okay, jetzt geh halt mal da runter. Hast du nicht gesehen? Du hast gerade genau drauf gezählt. Du musst abdrücken müssen. Wenn der rote Punkt erscheint, dann darfst du. In der Mitte. Jetzt. Ja, siehst du? Ja, ich kriege sie nicht mehr. Mama. Der Mut da. Nein, 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 nein. Achso. Ich bin nicht okay, ich brauche nicht. Feierabend, Leute. Okay. Ja, geh mal runter. Jetzt ist es auch zerschnitten, jetzt kann er nicht nochmal wieder gehen. Na bitte. Da ist jetzt ein bisschen noch mehr. Okay. Der Controller geht an mich. Oh mein Gott, kommen wir hier überhaupt weiter? Ja, ja. Kommen wir hier überhaupt noch weiter? Ey, 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 Junge. Noch einer hier. Beeindruckend gezielt. Beeindruckend gezielt. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich glaube, es hackt wohl. Oder warte, ich glaube, es war der falsche Zeitpunkt zum Runterspringen. Oh nein. Ich glaube, ich verreck gleich. Ich verreck gleich. Bitte, Schild lad dich auf. Oh, dankeschön. Geh mal hier drauf, wo ich mal. Nein, zu weit gesprungen. da hinten ist doch einer kann ich den 10 mit der gar nicht die Linder ist er da guck mal den Namen verloren werden wir sehen Kontrollpunkt erledigt ich glaub's auch schon fast oder jetzt kommen halt da diese Yuppies, ja die Yuppies kommen ja hier diese Ketzer, diese Ungläubigen, diese Bösen, diese ganz ganz schrecklichen die die keiner mehr haben will hm ah, den wollte ich nicht, oh jetzt hab ich umgeschalten, das wollte ich doch gar nicht warte mal, verlassen sie die verseuchten Labore, aha ok also ich bin ehrlich mal der Meinung, dass man hier jetzt nix drücken muss, sondern tatsächlich einfach nur ach guck mal hier, warte ja ja, warte ich ja, mach ich auch naja, die kommen halt ab zu mir, ne wie man sieht ah ne, 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 dich mach ich nicht immer, kann guck mal ab ne, ne guck mal, neues Schwert, cool so, und nun vielleicht mal da vorne hingehen ich glaub's auch hinter die Säule ist auch zu ach, guck mal ne, das ist ein Terminal nein, das dürfen wir jetzt nicht machen für die Leute, die auf der Suche nach Terminals sind hier ist eins versteckt aber das kann ich jetzt wirklich leider nicht aktivieren, weil äh sonst wird die Aufnahme unterbrochen das Problem hatten wir nämlich schon mal weil sich dann quasi mitten im Spiel das Programm ändert, weil dann wird äh nämlich ähm Halo quasi pausiert und es wird ähm dieses, wie heißt das nochmal, jetzt komm ich gar nicht drauf ich weiß, ich komm nicht drauf auf jeden Fall so ein extra Programm, was ihr auf der Xbox habt ähm, wo man sich ähm die ganzen Halo Sachen, seine ganzen Halo Sachen angucken kann und ähm da sind dann nämlich auch die Terminals drin und das ist aber ähm genau und dann ist das Problem halt, dass der Laptop das merkt, wenn ich quasi das Programm ändere und ich kann ja nicht einfach mitnehmen in der Aufnahme des Spiels ändern quasi und dann sagt der, ey, du machst was für nicht da und das ist dann halt ein bisschen problematisch, ne wir mussten uns bitte drauf Kontrollpunkt erledigt, ich denke mal einmal Kontrollpunkt erledigt Ladungen für Karabiner ich nehme echt mal an hier sind noch mehr und boah ne aber kommt doch nicht immer die ganze Zeit den Kontrollpunkt hier war das Terminal, was wir nicht betätigen dürfen ähm als würde doch aber nicht die ganze Zeit immer ein Kontrollpunkt kommen ich meine ja, spielen das ja sogar mit, äh, Punkte vergleichen das heißt, wenn ich jetzt hier nicht weitergehen würde, würden immer wieder Gegner kommen heißt ich kann x-beliebig viele Punkte machen, oder was? Das ist ja Quatsch oder hoch und hinter hoch und hinter, wo denn hoch und hinter und wie soll ich denn da hochkommen? ja ich glaube, wir kann sein, dass wir gerade eben tatsächlich ein bisschen hängen hier ist nichts zum drücken hier ist auch nichts zum drücken auch nichts Glehr hier nirgendwo hm Das ist jetzt echt so ein bisschen wie komisch, ne? Hier neben der Tür ist auch kein Schalter. Aber auf die höheren Ebenen, da komme ich ja jetzt auch nicht mehr so leicht. Das ist, das kann nicht so gedacht sein, weil wenn das ein Weg wäre, dann wäre es einfacher. Ne, ich hoffe es nicht, dass es jetzt hier ein Fehler ist, ein Spielfehler. Das wäre jetzt richtig ärgerlich, mitten in der Aufnahme. Naja, also da kommst du auf jeden Fall nicht hoch. Hm. Äh, das ist jetzt gerade echt ein bisschen wie verdächtig, ne? Ja, so geht's ja. Naja. Verlassen Sie die verseuchten Labore. Zeit, bla bla bla. Hey, das ist ein Terminal, die gedrückt hat nur Terminal zu aktivieren. Jetzt ist schon wieder Kontrollpunkt erledigt, hallo? Was mache ich denn, die laufen hier nur rum. Kommt das jetzt? Ah, jetzt, siehst du doch. Die Tür aufgegangen und da kommen die Yubis raus. Aber jetzt ist das noch gar nicht mehr. Wieso kann ich da nicht mehr? Nein, ich muss halt die Leute vorher klingen. Und jetzt bin ich tot, du bist dran. Verdammt! Na, da lasst doch den Karabiner zum Headshots verteilen. Du musst doch kurz jetzt gucken, wenn der Punkt kommt. Siehst du, da musst du weiter ballern, wenn der Punkt kommt. Ich will nicht mehr sterben. Nein, ich will nicht. Ja, der Falle, wenn das kommt. Wir haben im Übrigen den Schädelkindergeburtstag an, deshalb gibt es hier immer so ein schönes Yay! Wenn die Grants sterben und man Headshots gibt. Also den Grants halt. So, guck mal, ah, jetzt hier. Ey, 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 oh, vorsichtig, nicht die Dinger im Nahkampf killen. Die aufgeblasen, dann macht sie mit dem Messer, dann kommt einer in eine Kampfform und die... Was macht sie dann mit dem Karabiner? Na ja, okay. Ne, man isse nicht immer perfekt. Ne, man isse nicht immer perfekt. Das ist aber noch einer, nur lass den... Der nimmt die doch bloß ein bisschen von der Schildwecklastung. Ne, siehst du jetzt halt dich sowieso. Ey, der hat dich. Ketchup, um Kantenade, pass auf. Ja, flankieren, flankieren, geh weiter vor. Geh weiter nach links, ja genau, weil dann reicht das Geschütz nicht mehr. So, jetzt, Ketchup. Nun, renn doch nicht wieder nach hinten, da wo sie wieder dich mit dem Geschütz erwischen können. Halt nicht wirklich. Tast咖啡! Dann weiter! Er hat doch noch seinen Schild, deswegen... Mist. Komm, wissen jetzt hast ne Hedgeup. Lass das Schild runter scriptureschen準備aren und dann kann die Hedgeup. Schnell, bevor es schön wieder hochgeht. Schwere Geburt. Ammonition. Ammonition. Ammonition reicht. ausgleichen so geht hier wenn ich quasi eine schlusselte zu beraten und jetzt geht es weiter aber ja sei dank haben wir hier kein back gehabt darüber wird man jetzt schon mal froh jetzt macht sie sich unsichtbar und die tür ist weiß so kann es gehen erst mal warten bis die unsichtbarkeit wieder nachlässt ach ich glaube ich weiß was da noch kommt ja mit dem strahlseil wirst du sehen wirst du sehen oder beziehungsweise werden wir sehen wirst du bestimmt vorher noch mal sterben das sind unsere loki loki wieder raus guckst grün 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 um wo jetzt lang links oder rechts hast du dir jetzt nicht entschieden, können wir mal sehen ach guck die kommt helfen ja wenn jetzt lasst du dir alles machen stehst da gemütlich hinter der säule los macht mal kämpft mal für mich genau und du holst dir dann die schön leichten grunt ab ne ab doch okay das ist Bösen, den wir in den letzten Folgen gesehen hatten. Den wir hinterher sind. Den Anführer quasi von dieser ganzen Station. Anführer von den Ketzern, von den Ungläubigen. Den kannst du mit dem Messer machen. Und den hoch. Genau. Bitteschön. Aber die brauchen nicht viel. Ich bin schnell kaputt. Die platzen schnell. Nee, der ist tot. Da ist er. Die kannst du mit dem Messer machen. Also du hast die Hälfte, die Schüls und drehst voll an den Rad. Elite, ja. Komm mal. Okay. Da musst du rein, glaube ich. Gefahrstet, ja. Gemessert wohl, ja. Die nicht da lang gehen. Da kommst du, gehst du doch wieder zurück. Genau, du musst doch rein ins Loch. Und dann, äh, links, wir sind nicht recht. Äh, Darkroom. Da musst du eine Weile warten, dann kommt gleich einer und dann hast du Spaß. Na, die Latte ist böse. Äh, ja. Ist hier so ein Aufzug, oder? Nee, es klappt. Musst du zurücklaufen, dann. Oh, ich dachte, da haben wir ein bisschen schwieriger. Werden wir gleich sehen. Ähm. Auf jeden Fall solltest du den Karabiner behalten. Gut. Das ist schon mal viel wert, dann. Ja, du musst ja laufen. Da, dann, ja. Weiter hochloven. Löwen. Ach, guck mal, was ist jetzt los? Ach, guck hier. Dieser Bunker schützt mich vor dem Sturm. Aber sie wird ja schlinken. Gebieter, wo ist er? Stinkender Bastard hat sich gut verchanzt. Das kriegen wir nie auf. Dann treiben wir ihn eben raus. Wie? Das Kabel. Ich werde es kappen. Ach, ja, genau. Alle Mann zurück zu den Schiffen. Der hat sich jetzt da drin verschanzt. In seiner komischen Anlage da. Jetzt müssen wir quasi auf das Dach, genau wie ich gesagt habe. Und die Stahlseite zerstört. Jetzt sind wir wieder unten. So ein Quatsch ist ein bisschen sinnlos hochgelaufen. Naja, das war auch nicht. Ja, ja, freilich, du musst hoch. Du musst hoch, das weiß ich schon. Ja, lass dich, du hast doch gerade in Richtung gehört, dass du selbst hast zu ihm gesagt, alle zurück aufs Schiffen muss jetzt. Ja. Genau. Da können die Leute die Platz nehmen. Treffen musst du schon. Ich sag ja, das ist ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich wieder den Controller. Kraftzocke wieder am Start. Jetzt klaust du mir mein Bier, ja? Mhm. Aha. Ja, ja, für die Nerven. Mhm. So. Auf jeden Fall. Machen wir das vielleicht jetzt mal hier ein bisschen langsamer. Kollege. Ja, Mann. Irgendwo sind jetzt nämlich auch da diese fliegenden Viecher genau und die gehen nämlich auch auf die Flood los. und das ist nämlich jetzt gerade so gar nicht so verkehrt hier aber die wollen mich alle auch nicht naja jetzt kommt hier natürlich noch der yuppie aber allgemein ja genau haben wir schon erstmal gar nicht so verkehrt gelöst jetzt hier glaube ich gehen wir erstmal weiter höher jetzt müssen wir die Dinger hier runterholen weil die sonst auf uns schießen genau und die roten punkte sind die flatt aber die sind noch unter uns ok und nun gedrückt halten um den aufzug zu verwenden ok wenn wir hier erstmal durch sieht geil aus cool gemacht auf jeden Fall alle meine Fremden sind in der Luftgebiet an los, kennen Sie das Kabel durch! so jetzt soll ich das Kabel was die Station quasi einfach an was die Station quasi aufgehangen ist muss ich das Kabel zerstören oder die Kabel ich weiß gar nicht Wird eben echt mal ein bisschen in Deckung gehen hier? Das ist ok, Fludge, stürzt mich in den Tod, hab ich kein Problem damit, oh! Neeeein, verdammt! Ja, freue ich ihn wieder dran. Ja, das ist, ähm, nicht ganz ohne hier, ne? Du musst zwei, ne, Kabel machen und nicht nur hier, nicht nur hier die Dicken. Ne, ne, die kommen eh immer wieder, geh zu der Gabel. Da rechts hoch ist am besten. Nicht gleich, ja man, wenn du mal getroffen wirst, das machen echt die Kämpfer nicht. Ja, ne, dann, ja, ja. Letztes Mal gleichgemacht, die Platz waren nämlich gerade noch weg. Ja, geh da hoch, genau. Jetzt da, stopp, stopp, stopp. Da, andere Richtung. Ne, du sollst nicht, nein, 180 Grad drehen, du rennst voll dran vorbei. Okay, dahin musst du. In die Richtung, wo der jetzt gerade guckt. Ja, dahin, pass auf. Jetzt da links, guck, das, was da leuchtet, das ist Kabel. Stell dich da hinter, nein, dahinter stellen. Ja, guck, jetzt läuft jetzt rot. Die muss man am besten mit dem Schwert drauf haben. Ja. Ist ja kaputt. Erst ist es kaputt und du bist auch gleich kaputt. Das Ding fängt jetzt natürlich an, schief zu hängen, ne, also nicht wundern. Das sieht jetzt alles ein bisschen schief aus, das ist auch schief. Das ist einer, beide Propheten. Die Station springert ja gleich. So, und das Ganze noch zweimal, ne. Ja, rechts und links, da, wo die leuchtenden Enden sind. Genau da, da, wo es leuchtet. Ja, genau, wo es blau leuchtet. Was fand ich mir für Schwert? Hebt ihr das fürs Kabel auf? Nein, 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 von hinten, von hinten. Da, außen an der Hülle kannst du gar nichts. Okay. Jetzt bin ich wieder dran. Jetzt bin ich, ich, ich wieder dran. Der hat auch ein Schwert gehabt, so wie es aussieht. Ja, klasse, ich muss von vorne anfangen, super. Ja, ja, genau. Trennen Sie das Kabel durch. Trennen Sie die Flatt durch. Trennen Sie die Flatt durch. So, eins haben wir. Guck ihn hier, ne. Oh, Schwern gehabt. Ich habe aber auch gerade gedacht, es ist zu spät. Okay, das zweite ist hier. Ich habe so mitgekriegt, hatte ich mir gemerkt, das Schwert macht am meisten Schaden bei diesem Kabel-Salat. Ja. Naja, das ist aber schwer. Ja. So, also eins haben wir, und jetzt ist das letzte, genau. Und jetzt fällt dann das Ding nach unten. Trennen. So. Genau, vorbei. Jetzt befinden wir uns hier quasi. Genau. Im freien Fall. Trennen Sie sich nicht im freien Fall. Nein. Das hat gerecht. Die Station ist im freien Fall. Huhohohohoho. Oh meingach. Genau. Jetzt muss ich, glaube ich, auf jeden Fall wieder zurück, ne. Mit dem Aufzug wieder nach unten fahren. Und ähm, genau, jetzt sind wir hier, nein, den ganzen Weg wieder zurück. Oh, nein, ich sterbe. Oh, ich schweige gerade. Oh, mein Gott, das waren zu viele. Stammt, die Situation habe ich leicht überschätzt, du musst nach unten, du musst nach unten, so viel kann ich dir sagen, ne, hast du nicht, das Ding fällt runter, weil wir den Wand klatscht, auf die Planetenoberfläche, oh, was? Wie, unten, nein, da geht, guck mal, da geht auch noch viel mehr runter, ne? Ich spring halt da einfach runter auf die Treppe, nicht den langen Weg gehen, ja, ja, freilich. Mach's halt einfach kurz, genau, weil, ähm, siehst du, da kommt mal mehr Viecher und die erwischen dich dann bloß noch, ja, da raus, genau. Da sind ja noch ein paar Leutchen, ne? Ist ja nicht so, als ob du da alleine bist, ja, 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 du hast gesagt, ich soll da hingehen, na, hab ich nicht, jetzt bin ich dran, ja, ja, so ist das, ist genauso wie früher, ich hab mir das schon gedacht, so lustig, so ne, früher dann auch, ey, nein, nein, das zählt nicht, nein, nein, ich bin doch gerade, nein, Mann, nein, ich wollt doch noch gar nicht sterben, naja, ja, 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 ich befolgt mein Rad auch nie. Los gucken, jetzt hier ein bisschen, Moment, abpassen, und... Junge, hat eine Granate geschmissen, nach mir, oh no, der Blödi. Okay, einen Hammer. Erwischt, jawohl, das weiterhin haben wir auch, noch eine Granate, komm, wir machen jetzt hier ein bisschen auf. Okay. Leben Sie noch Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Ach, da war ein Lock. Ich weiß gar nicht mehr. Alter Verwalter, ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, 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 ja. Ich seh's gerade. Das Schwert ist leider alle. Das, äh... Vielleicht findest du ja auch ein Schwert. Ja, das wär cool. Oder nimm die Faust. Nimm die Faust, ja. Oh. Der hat ein Schwert. defekt. Wuhuu. Und der hat ein Schwert in dem weg. Der hat ein Schwert. So. Oh! Ein Filmsequenz! Ach, guck, genau. Jetzt muss ich dem noch hinterher, oder was? Oh, ne. Fliegen ist nicht so pralle bei mir, ne, in Halo. Oder ist es vorbei jetzt die Mission? Ne. Ich glaube, dass du bist. Oh, nein, oder? Oh, verdammt. Ja, gute Frage. Wo bist du, glaube ich? Ja, ja. Ja, gleich so weit. Ich will doch noch nicht sterben. Ich bin doch noch nicht so weit. Er hat nicht Einschütt gemacht. Meine Frauchen. Welch ein Wahnsinn. In einem Wänzchen kommt in diesen Brudel hin. Hey. Hä? Ich wurde noch nicht mal getroffen. Da hat man doch gar nichts gesehen. Hab ich vollkommen erkannt. Ja, ja. Aber die Steuerung ist zu lange. Ist das normal? Ja, und was ist das auch? Ja, also das Fliegen in... In, äh, wie heißt es? Heldenhaft ist echt... Ja, wenn man es da nicht kann. Vor allem... Wo war denn dieser scheiße Wuteklopf nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Weil der Dingendet ist schon... Ja, genau. Steck mal aus. Mach mal. Steck mal aus. Kein Thema. Steck mal aus. Ja, ja. Ich glaube schon. Wofür war es denn jetzt? Wenn wir nicht gleich... Ja, wenn wir nicht gleich... Achso, nur da hinfliegen. Hm. Hauf. Haben wir überlebt. Schicke Sache. Der Gebieter, das sind ja wir, ne? Er hat überlebt. So, weiter geht's. Stirb bitte. Verdammt, da musste man echt nur darüber... Da musste man so ein bisschen... Okay. Okay. Der Erfolg sei dir gegönnt. Ja, genau. Es fällt... Es fällt... Wir fallen so, wo es gerade runter und... Auf, halt mal kurz. Auf, halt mal kurz. Auf, halt mal. Auf, halt mal kurz. Das hast du Glück gehabt. Der hat auch ein Messer gehabt. Ja, jetzt bist du kurz vor... Äh... Feuer haben. Ne. Ich glaube schon. Klar, da unten gucke, da unten geht's rein. Na unten rein! Na nun! Runter, runter und links! Da! Gucke! Lauf mich mal rau! Na ja! Nimm mal gescheit Barsch reden mit denen! Lauf mich mal rau! Na feile! Na klar! Wiesig! Was sind hier die Creeper lieber? Die schießen wenigstens nicht auf dich, ne? Die kommen nur hinterher, Max! Na ja! Weiß ich nicht! Ist ja irgendwer läuft denn jetzt! Ob du das brauchst, weiß ich nicht! Na nun geh halt! Left, left! Da! Da! Oh nix! Ist ja gar nix, da! Ist ja gar nix! Da geht's eh nix weiter! Du musst raus! Du musst raus! So nix! Da geht's eh nix! Da! Die wollen ja halt! Die wollen ja halt ans Leder ertütteln! Na pfff! Das wird Sinn erzählen! Nicht mehr! Oh! Ziller ja! Da aber genau! Da hoch! Ho 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 ho! One more battle, ja genau! Anlöstern! Noch battle! Zumindest actuell! Wer weiß, wann ihr dieses Video seht Der kleine Krant, der arme Lässt es sich von dem Grunt halt fertig machen Oh weh, oh weh, oh weh Eieieiei Das müssen wir aber nochmal üben, ne, wa? Naja, das sind wieder hier die kleinen Wurde zwar nicht lang Maybe Wir sind auf die kleinen, ich gucke da aber Äh, ja Ich bin dran Hey, hey, komm, du hast jetzt, du hast jetzt lange, hast du jetzt da hier rumgefummelt Ja, also komm Darf ich auch mal wieder hier bitte Den kleinen hier auf, auf schneiden Dann machen wir hier den Lughof Genau Hier war da einer an der EGG Genau So Dann machen wir doch mal ein paar Kuppel hier Ja, hab ich 50 Minuten leuft schon Schöke Sache, ne? Komm her, du Blöder Puh Unge Es gibt's doch nie Es gibt's doch nie Äh NEEEIN Das gibt's doch nicht Ähh Du wurdest gefaustet Nee, ich wurde erschossen Nein Ich wurde erst gefaustet und dann erschossen Ja, ja, wie lange Jetzt doch raus, wieder! Du bist doch falsch! Doch, raus in der Treppe Uch Blad allein, du Ey, das wog mich jetzt gerade richtig schlimm, aber da war es so dunkel, da muss ich mir gar nichts durchsehen. Die Taktik ist erstmal nicht so schlecht. Die Taktik ist einfach nicht so schlecht. Erstmal hier oben auf die Gileflüge, genau. Ich muss dann einen Headshot geben, wenn man dann treffen soll. Ja, da sind viele Waffen und Dugel und auf jeder Ecke kommt was. Ja, da sind viele Waffen und Dugel und auf jeder Ecke kommt was. Auf jeder Ecke kommt hier gerade einer, ja. Na ja. Und dahin, dahin. Na ja. Und dahin, dahin. Na ja. Da ist alle das Buttermesser. Nicht da rein. Da ist nur nichts genau. Da ist, äh... Aha. Da sieht so aus. Als ob die sich verstecken. Der Olle. Ole, 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 Ole. Oh. Oh. Komm, ich schmeiße Granade. Granade. Oh. Wo geh her? Na, das ist eh eine kleine Vieh. Oh. Verdammt. Jetzt hängen wir schon wieder an Weichen hier an der E-Klin-Stelle, ne? Weil jetzt müssen wir nämlich wieder, genau, von woher anfangen. Oh, ich hoffe, ich versau's jetzt nicht. Mein Freundchen hat es ja gerade ganz gut gemacht, eigentlich. Häment sie ganz gut nach. Fertig schaden Sie die northern hermache. Also muss ich dann ihre Bastion schwimmen. fork com hier wieder. Ch Oakland, schädigsthalu,honne. Aufgel. Wir sehen uns doch nicht. Du response hierТ nest die Krone. akas Tam! Na ja. Baucher Pass. acute zu mir smelled recht Smart." Ja jetzt konzentriere ich mich grad wirklich, boah grad ganz still, fällt mir auch grad auf. Oh je, oh je. Ne aber das ist jetzt grad hier echt wirklich... ...pulste Konzentration. Nochmal möchte ich jetzt hier, dass wir hier nicht neu anfangen. Okay, gehen wir mal runter, machen wir's mal von hinten. Ne, weil ich hab nicht gedacht, dass hier nach unten noch nicht lauert, ne. Ja, vielleicht jetzt mal oben. Lass mich die kleinen Nichts hier eben erst mal anstrengen, genau. Lassen wir einfach das Schild wieder regenerieren. Komm schon. Ich werfe grad zu. Sinnlos meine Granaten. Nein, das gibt's doch nicht. Da ging die Tür auf, da kam noch mehr. Verdammt. Das ist grad echt schlimm, ja. Wir sind bei fast einer Stunde jetzt schon. Uiuiuiuiuiui... Na nur, ist wursch. Das ist動 please Das ist ja nicht mehr weit Ja ist halt so. Ich mach immer das gleiche jetzt drauf. Und ammunition die Gegner.... keine Ahnung, maybe. Aber ne, ich glaub nicht, dass sie das so langsam losgussiert sind. Das Kappelstern Nee Ich habe nichts Oh yeah oh yeah oh yeah Naja, wenn wir das... Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen, dass du es jetzt schaffst. Das wäre... Ja, und vorbei. Ich sag ja, da ist es so dämlich, weil es da so dunkel ist, dann übersieht man mal jemanden. Aber wir haben eben auch nicht so wie der Master Chief, wir haben keine Taschenarbeit. Wir haben nur diese kurze kleine Unsichtbarkeit und der schmeißt eine Granate nach mir, der kleine Blödi. Also ehrlich, was bildet der sich da ein? Handgranate, komm! Jawohl, doppelkillt. Ja, das ist gerade eben hier so richtig schön... eine... Da könntest du dich drin verlieben stellen. Vor allem die ganze Zeit ist er nicht da. Und wenn ich dann mal da oben auf die Plattform gehe, dann ist da verschießt da einer von hinten. Genau hier stand ich. Von links oben hat einer geschlossen. Ne, siehst du, der Schild schon wieder. Hast du ihn gesehen? Da hinten, genau. Der hat mich erledigt. Oh, Mann, ey. Und Controllerwechsel. Oh Gott, ey. Das wird lustig zu zählen sein, ey. Na. Alle hier noch? Oh, okay. Ey. Nu, ey, na mal. Ey, jetzt komm ich nicht mehr in den Raum rein, ohne halb zu verrecken, oder was? Ey. 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 Boah, das war jetzt so richtig knapp. Ich dachte, ich traf den Kopf nix. Das war jetzt ein Headshot. Alter! Headshot, okay. So, ist das wenigstens ganz lieb und gut. Okay, runter jetzt hier. Ich glaub, den hab ich getackt. Ja, ich glaub ich noch komplett tot. Einen hab ich getackt. Woah. 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 Ich hab keine Granaten mehr. Ich hab keine Granaten mehr. Ja, ich weiß. Okay. Kurz warten, kurz warten, kurz warten. Bitte, bitte, bitte. Keiner kill mich. Oh. Ah, ne, ne, ne. Dich, dich mach ich so. Ey, dass man hier auch nicht rennen kann, ne? Das fehlt einem jetzt gerade hier echt voll. Ja. Ja, ja, komm her, beleg den wieder, du Saubär, du blödes... ...blödes kleine Düstsichtung. Naja, solange wie die Fächer nicht so viele sind und auf mich springen, ist es nicht so schlimm. Geht ein bisschen das Schild runter, regeneriert sich gleich wieder, dann ist gut. So. Aber jetzt hier. Mal unsichtbar machen, vielleicht. Mal einsetzen, wenn wir's schon haben. Ich hab die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit noch gerade daneben gehauen. Ich hab die Granaten nicht, ich hab eine Granate. Takt, komm. Oh, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Eine Flut. Nein, das wird euch das ein bisschen zuretbar vont. Das gibt's nicht. Es hier geben wir's doch auch dieses Neليos. Ich hab die Flutmenkinder- Halas verlassen, oder? Ja, das ist jetzt endlich mal geklappt Jetzt muss das mal geklappt werden Ja, schau mal Mit sowas aber auch Das war gerade echt Na, pass auf jetzt Das sind kleine Viecher, die ich jetzt nicht entdeckte Und dann steht ganz unten Okay, jetzt ist wieder geladen Yes Uh, 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 uh Uhhhh Der ist, glaub ich, so ein Viech geplatzt, ja, das funktioniert ganz klar. Eine Stunde und fünf Minuten aktuell. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht noch eine halbe Stunde so weiter. No way, no way. War ganz gut gedacht, aber Viecher sind leider ein bisschen schlauer auf... Keine Ahnung, Blut. Würde ich mal so behaupten. Komm, Messer! Ja, ja, Mensch. Ja, was sag ich? Die Stelle da, das ist, du übersiehst so ein Haufen Feinde. Das kann doch jetzt hier echt nicht sein, ne? So, kleiner Grund. Wo stirbst du? Ja, ganz klasse. Komm, lad. Schild, lad. Lad auf! Ich glaube, wenn wir das hier über links ein bisschen probieren, könnte vielleicht besser sein. Ich weiß es aber echt nicht. Das Problem ist halt wieder, dass überall dunkel ist. Nein! Und ich raff's nicht, ich raff's nicht mal. Boah, das war echt richtig, richtig, richtig knapp. Oh, ich glaub ich hab's geschafft. Hier hinten war an der Ecke einfach eine Tür, da bin ich jetzt einfach durchmarschiert. Doch, doch. In der Ecke ein paar Feinde gekillt und oh, wir hängen hier ewig. Das ist feinig. Oh ja. Ey, das ist so kurz vorm Schluss, guck mal. Umdrehen, Ketzer. Jetzt sind wir doch nicht am Schluss. Gebieter. Ich würde lieber durch ihre Hand sterben, als dass mich die Propheten schlachten. Wer verbreitet denn solche Lügen? Das Orakel. Ein Illuminat? Hallo, ich bin 343 Gilti Spark. Ich bin der Illuminat der Einrichtung Müh 4. Fragen Sie das Orakel nach Halo. Warum man uns ohne Grund und Sinn opfern will. Noch Fragen? Großartig. Ich würde mich freuen zu helfen. Die Eliten sind blind Gebieter, aber ich öffne ihnen die Augen. Oh ja, das war ja jetzt wirklich der Endkampf. Genau. Das ist nicht so einfach jetzt, ne? Mein Fild ist schon fast ganz unten, ne? Ich glaube ich verrägte gleich. Ja genau. Gibt's dann. Ich darf nochmal. Ich darf nochmal. Ich darf nochmal, ja. Wahnsinn. Da du es ja wirklich geschafft hast. Ja. Ist klar, ne? Es gibt's doch nicht. Nichts. Das ich nochmal darf, macht's nicht besser. Komm nochmal und dann... Ja. Gucken wir mal. Warum kann der blöde Affen fliegen? Aber ich bin da schon wieder tot. Ich bin da schon wieder tot. Man kann... Du... Man... Man hat keine Deckung, ne? Die... Die Scheißviecher können fliegen und egal wo du dich hinstellst. Das Schild kann sie nicht wieder aufladen. Zweite, da musst du ja nicht geschafft. Ah ja. Letztes Mal. Ja, das ist schon besser als das, was ich gemacht hab. Hä? Nee, lass ihn. Der macht nichts. Das ist der Illuminat. Das fliegen die Bällchen. Boah, ich bin grad voll schlimm, ne? Ich bin grad voll schlimm, ne? Weil ich's wieder nicht hinkriegt. Ich glaub... Hä? Die sind nicht weg? Die bewegen sich bloß nicht. Die Bewegungs sind das auch nicht. Geh mal nicht, dass die Typen sich abhaut, da mit dem sehr komischen Schiff. Versteckt sich dann deinem Trüllen und der Typen macht sich dann lenzen, dann vervort dann alles kalte ab. Wir haben den Kopf nicht mehr in meine Hand. Oh, ich bin so. Okay, ja. Hä? Das war wirklich höchstenswert. Ach ja, kann sein. Ich hab kein Wahlheiliges Orakel. Dieser Ketzer gefällt hat eine große Reise. Orakel? Große Reise? Warum bedient dir Stüge bei euch keine akkurateren Ausdrucksweise? Das, das ist das Orakel. So ist das. Los, wir verlassen dieses System. Tartarus. Oh, geschafft! Wir sind durch! Okay, alles klar? Das Video endet bei Endstunden und Up-Muten. Leute, danke fürs Einschalten, wenn ihr überhaupt so lange durchgehalten habt. Echt cool. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare klatschen, wie euch das neue Konzept jetzt gefällt. Mit dem Fullscreen. Und ja, ansonsten lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch nicht habt, lasst ein Abo da. Würden wir uns auf jeden Fall riesig, riesig freuen. Von daher, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Halo Anniversary The Master Chief Collection auf der Xbox One. Haut rein und schönen Tag, Abend, wie auch immer noch. Bis denn. Graf Zocke. Bye.